die findet sie sollten stolz auf all ihre gebrauten tränke sein das ist schon so normal die kann ja schon gar nicht mehr stolz drauf sein du kannst keine mehr protektion betragen 25 ist das maximum ok dann müssen wir da alles nicht so groß sparsam mit sein da wir genug haben könnte ich eigentlich noch ein bisschen was mehr herstellen ich jetzt hier nur ein kriege das war das hier genau wir wollen heute kunde ist das hier können wir ein paar von machen das passt nicht wie in der lampe ist jetzt nicht schuld aber selten okay was wollte ich jetzt als nächstes machen die prüfung noch nicht man hinter dem bunden aber nicht genug kubbersteine konkurrenz das versuchen wir jetzt noch mal wahrscheinlich brauche ich diese stuhle geduld weltkarte also da machen wir hier ja ja das war sein eine schnellreise immer quasi am laufenden band doch da ist ja auch markiert muss ich gleich genau hier hier muss das astrolabium der familie pinches medley sein da sind mehrere solche dinge das ist so einfach gehen kann denn aus dem platz voll was das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem schirm wir müssen verkaufen ich will immer mit den wegpunkt dritte hin porten aber ist ja falsch das ist ja falsch so immer herein wo war ich gerade ich habe ich gar nicht identifiziert ich dachte ich hätte es gemacht so dann muss ich ja nochmal hin das ist besser was verkauft niemand kann behaupten meine regale wären leer so so wieder zur weltkarte und wieder hier hin takt direkt den richtigen knopf gedrückt direkt viereck und ich kreuz auf ein neues eine der quest die wir mit am längsten haben hier ja ja da haben wir hauptsache der zylinder ist sogar besser ich glaube das ist irgendwie random wann man was bekommt ähm also nicht weil es jetzt random sondern tatsächlich ähm dass die äh ach wie sag ich wenn ihr jetzt hier direkt am anfang des spiels gemacht hättest dann wäre ich dieses linder nicht gekommen sondern ein schwächerer du kannst keine mega power tränke mehr tragen also grace sollte erfahren dass ich ihr astrolabium gefunden habe ach so das haben wir jetzt hab ich gleich aufgepasst das ist ja unspektakulär ich dachte man kann hier richtig schön im im see auch tauchen und so weil man der see der gibt ja ähm richtig viel her von der story her ne allein durch die ähm durch das trimarkische turnier was da ja ähm die zweite aufgabe als gelaufen ist da hätte man auch viel viel mehr machen können als einfach nur hier ein richtig studel drückst du viel der geht einfach kurz weg und dann kommt er wieder und hat irgendwas gefunden oder nicht naja ist schon schwach aber ich sag mal so das ist natürlich dann auch viel ähm potenzial zur verbesserung für den zweiten teil ja da kann man dann auch im see tauchen dann ist dann auch richtig was los den gründelosen kraken und was weiß ich nicht alles ne den see menschen hoffen wir mal hoffen wir mal dass du da das potenzial noch irgendwie weiter ausbauen und nutzen ja ist ja letztendlich das erste spiel und da kann man auch viel dran ähm ja lernen ne wurde ich auch schon ein paar mal verschoben ja ich bin zu deinen koordinaten im großen see getaucht unglaublich hast du das astrolabium ja ich hoffe es macht dein vater glücklich das wird es ich freue mich schon auf sein gesicht danke dass du das für mich getan hast und für meine familie du solltest nach weiteren tauchplätzen ausschau halten mit deinem talent wirst du da unten bestimmt alles mögliche finden danke nochmal und ich hoffe du tauchst weiter du hast wirklich ein händchen für schätze kann ich jetzt äh kriege ich nicht her was du sehr interessiert hier kann ich nicht zaubern ja komm wie du sagst du wasser hier komm her komm her komm doch mal her du Vieh funktioniert eine bar so eine baumel zum krallen das heißt ich muss ja hier getroffen weiß ich auch nicht groß schaden mache also da kommt aber das leben nicht kann ich großzügig einsetzen aber ja aber jetzt machen wir tatsächlich schon erledigt schon ein bisschen komisch dass sie nicht angekommen ist nur ok auftrag mäßig sind weiß glaube ich durch bis auf diese kleinen nebenbei sachen ein hauch von liebe schatz anhand der schatzkarte fliegen kerzen gucken wir das irgendwie jetzt hier karte er wie sehen kann sie nicht eingezeichnet dann die wir hier gehen wir dahin machen wir die haupt quest danach werden wir wahrscheinlich auch wieder ein paar nebenquests bekommen so die ausrüstung angucken die wir ja bekommen haben besser ist die ist nicht besser die ist schon mal so besser die ist noch mal besser und die ist schlechte diese komischen zylinder da hat man noch ein bisschen schaden da verlieren wir ein paar punkte macht keinen sinn da kann man bis auf das identifizierte oder nicht identifizierte alles verticken schön sie wieder zu sehen sie auch was kann ich denn für sie tun was kann ich denn für sie tun was verkaufen sie hier wonach steht ihnen denn heute der sinn kohle genug habe ich ja wenn ihnen gefällt was sie gekauft haben kommen sie bald wieder vorbei einfach alles einfach alles schauen sie doch gern jederzeit wieder schön sie wieder zu sehen sie auch sie was verkaufen sie tun ne leider nicht ich bin neugierig was in feldcroft vor sich geht können sie mir etwas dazu sagen ein unglaublich unfreundlicher kobold namens bellgraf der schläger quält jeden den er in die finger bekommt feldcroft grenzt an kobold land aber wir haben immer friedlich zusammen gelebt bis vor kurzem zumindest manche behaupten dass bellgraf und seine bande mit ranrock im bunde sind aber ich weiß nicht ob das stimmt jedenfalls hat der ganze ärger meinem geschäft geschadet alle hier sind verunsichert die lage ist ziemlich ernst hatten wir das nicht schon mal was verkaufen sie hier schön dass sie fragen ich verkaufe alles was es an tierwesen neben produkten zu finden gibt wenn sie mir nicht glauben sehen sie sich gern um irgendwann kommen sie schon wieder so ist es immer ich guck grad nach meiner aufnahme weil mein rechner gerade ich muss mal gerade kurz gucken der man hat halt so eine LED beleuchtung und die ist auf einmal am rumspinnen jetzt weiß ich nur nicht ob hier alles noch läuft aber man kann ja schon mal hier die Konversation weitermachen wie kam sie zu dem geschäft in feldcroft herrlich hier oder aber ich habe es mir nicht ausgewählt es wählte mich aus ich bin hier aufgewachsen es ist mein zuhause was den laden betrifft wahrscheinlich hat er mich ebenfalls ausgewählt ich habe schon immer gern mit tierwesen gearbeitet meine töchter lieben sie ich würde mich nicht wundern wenn sie den laden übernehmen tja ich sollte jetzt gehen Aufnahme scheint noch zu laufen sieht schon mal gut aus ich habe ja mittlerweile drei monitore hier kann man so ein bisschen nebenbei machen aber wenn irgendwas hier nicht mehr so klappt wie es klappen soll bin ich halt vorsichtig wenn die Aufnahme weg ist sondern nimmt sie da auf und dann ist alles weg ist halt doof und deswegen wundert mich halt dass die Beleuchtungsanzeige Beleuchtungsanzeige die Beleuchtung nicht mehr so richtig funktioniert ein dringend ein dringend ein dringend ein dringend ein dringend ein dringend muss ich eigentlich auch mal lernen ich weiß nicht die ganzen kobolde aus ein dringend ein dringend ein dringend eins das ist zu spät und eine fehler einzusehen das war schon hier ist kein haken dran es ist hatten dann soll ja korrespondenz korrespondenz der kugel anhänger rennrock will neuigkeiten hast du es gefunden werde dich sofort so vermute dass es in feldkraft mehr davon gibt kehren nicht zurück bis du es gefunden hast sie sind viel zu nah dran gewesen viel zu gefährlich aber wir wollen ja eigentlich da hinten in diesen wegpunkt hier holen irgendwas wird hier da sein hier sind auch luftballons super gut fliegen auf den besen kann ich leichter steuern als die hippo greifen also würde ich behaupten da kommt da kommt da kommt da kommt erledigt das ist eine prüfung Oh, die sind schon ein bisschen stärker. So, mal hier, das Ding jetzt einsammeln, die Macht, so, will ich auch wieder Folge mit unserer alten Macht, zack, alle erledigt, so einfach kann's gehen. Okay. Ja, das ist so, was ich so cool ist. Da ist es so, was ich so cool ist. Ja, das ist so, was ich so cool ist. Oh, was ich so cool ist? was ich ja als schüler altes niedermetzeln dass das keine probleme gibt in der schule okay funktioniert schon mal also müssen wir kaputt machen abonniere die 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 Vielen Dank.